Ja, wir haben 2024 und es wurden gerade die neuen iPhone 16s und 16 Pros vorgestellt und auch irgendwie, es gibt mittlerweile richtig viele Smartphones, die einfach eine geile Kamera haben. Nun, jetzt könnte man sich fragen, soll ich jetzt mir ein neues Smartphone kaufen oder eine neue Kamera? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, einer der größten Gründe, warum wir uns ein neues Handy kaufen, ist immer, dass die Kamera besser geworden ist. In diesem Video geht es um genau diese Frage. So, um das Video jetzt kurz zu halten, würde ich sagen, fangen wir direkt einmal an. Was sind denn eigentlich die Gründe, wieso man sich ein neues Handy kaufen sollte und das dann als Kamera nutzen sollte? Der offensichtlichste Grund, es ist sowieso immer bei uns. Wir haben das immer in unserer Hosentasche und wir müssen gar nicht mehr irgendwie etwas extra mitnehmen, weil es sowieso immer dabei ist. Hammer! Aber gut, Kompaktheit ist ja jetzt auch wirklich nicht alles, denn es muss ja auch schließlich gute Bilder machen. Und da kann man auch sagen, das macht es auch. Die neuen iPhone 16 Pros oder auch die neuen normalen iPhone 16s machen wirklich grandiose Bilder. Meistens. Bei normalen Situationen, wie zum Beispiel, wenn man einen Freund fotografieren will, ist das Handy perfekt dafür geeignet. Denn man macht einfach den Portrait-Modus rein, er hält dann still, guckt in die Kamera und ihr habt ein schönes Bild auch mit Hintergrundunschärfe. Das einzige, wo das Handy nur wirklich richtig abkackt, ist Geschwindigkeit. Und ich meine jetzt nicht die normale Geschwindigkeit, wenn man zum Beispiel ein normales Bild aufnehmen will, was dann zum Beispiel im Raw-Modus fotografiert ist, da hat man keine Probleme mit. Ich meine eher den Portrait-Modus bei wenigem Licht. Oder anders gesagt, insgesamt so overall die Geschwindigkeit bei Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn ich mal versucht habe, irgendwelche Tiere zu fotografieren, die auch mal etwas weiter entfernt ist, dann habe ich mit meinem Smartphone auf diese dreimal Zoom-Pamera gewechselt und habe dann versucht, von meiner Katze dann ein Foto zu machen. Was dann rausgekommen ist, zeige ich euch jetzt mal. Was ihr hier sehen könnt, ist ein verschwommenes Bild von meinem Kater. So. Und jetzt kommt aber dann auch nochmal ein Bild in den Portrait-Modus. Das ist jetzt hier im Grunde genommen das gleiche Problem, nur es sieht jetzt nochmal schlimmer aus, da nämlich jetzt das Ganze mit der Hintergrund und Schärfe wirklich gar nicht so fusioniert. Ja, das sind eigentlich die einzigen Probleme, die so ein Smartphone heutzutage hat. Einfach jetzt in dem Fall von Apple, dass man nicht alles so richtig kontrollieren kann. Und in dem Fall, wenn man es kontrollieren kann bei einem Google-Smartphone oder bei anderen Smartphones, die halt nur mal diese manuelle Kontrolle haben, halt dann einfach einen schlechteren Sensor noch verfügbar ist. Selbst wenn er ein Teil groß ist, es rauscht immer noch die Hölle und es ist halt noch lange nicht so gut wie eine große Kamera. Also, ein Smartphone macht in den meisten Fällen wirklich grandiose Fotos. Es gibt halt nur mal Ausnahmen, wo es dann einfach gar nicht klappt. Und jetzt kommen wir zu den Gründen, wieso ihr euch eine Kamera kaufen solltet. Erstens, es sieht einfach vollkommen elegant aus. Ich liebe es, mit meiner Kamera zu spielen, mir auch mal neue Objektive zu kaufen und die Bilder, die da rauskommen, sind einfach nur von einer anderen Welt. Was man damit so für Möglichkeiten hat, ist einfach nur faszinierend und ich liebe es einfach nur, mit meiner Kamera zu fotografieren. Was man mit einem Smartphone sonst nicht machen würde, sind zum Beispiel Langzeitbelichtungen. Die kriegt man mit Kameras so faszinierend gut hin, das ist einfach nur spektakulär. Gegenargument. So eine Kamera ist doch viel zu groß, um sie mal eben mitzunehmen. Dafür brauche ich dann immer noch eine weitere Tasche, die ich mir dann umhängen muss und es ist immer ein weiterer Aufwand. Und ich muss noch weitere Batterien pflegen und all das Ganze ist doch viel zu aufwendig. Lösung. Es gibt auch kleine Kameras, die ihren Zweck vollkommen erfüllen. Dafür habe ich jetzt mal ein paar rausgesucht. Als erstes die Sony A6400, die 24 Megapixel hat, einen wirklich super Autofokus, womit man zum Beispiel auch Menschengesichter super fokussieren kann. Es gibt auch wirklich viele Objektive, die man sich vorne dran schrauben kann, die auch noch einen bezahlbaren Preis haben. Und es ist eine APS-C Kamera, was heißt, der Sensor ist um ein Vielfaches größer als der von so einem Smartphone, wo der Sensor hier reinpassen muss. Bedeutet, geilere Bilder. Neupreis 700 Euro. Von den restlichen 300, 400 Euro, die euch jetzt noch übrig bleiben, könnt ihr euch dann jetzt noch coole Objektive von zum Beispiel Sigma kaufen, die dann entweder ein Zoom-Objektiv sind oder eine Festbrennweite. Da gibt es wirklich eine schöne, gute Auswahl. Andere Möglichkeiten, wenn euch das Aussehen eurer Kamera noch wichtiger ist, empfehle ich euch die Fujifilm XS10. Diese hat einen 26 Megapixel Sensor, der wirklich auch schnell ist. Das heißt, hier gibt es auch noch mal weniger Rolling Shutter als bei der Sony 6400. Die Kamera kann 4K mit 8 Bit aufnehmen. Und was auch für viele wirklich wichtig sein wird, ist der Videostabilisator, denn der ist hier auch wirklich sehr, sehr gut. Man kann damit also auch mal ein bisschen mehr rumwackeln. Es ist dann nicht so schlimm wie dann zum Beispiel mit der Sony A6400, denn da gibt es keinen drin. Die Kamera gibt es nur noch gebraucht zu haben, da ist sie dann unter 1000 Euro verfügbar. Und die letzte Kamera, die ich noch gefunden habe, ist die Panasonic Lumix LX100 Mark II. Sie ist für 400 bis 700 Euro gebraucht zu bekommen. Sie hat einen 17 Megapixel Micro Four Thirds Sensor einverbaut. Der Autofokus ist noch so ein bisschen typisch Panasonic, denn im Videobereich pumpt er noch wie Hölle. Das heißt, es kann auch mal sein, dass der auf den Hintergrund springt. Im Fotobereich aber hingegen vollkommen nutzbar. Es gibt auch schon 4K mit 8 mit Video und im Gegensatz zu den anderen Kameras, die ich gerade eben gesagt habe, hat diese Kamera schon ein Objektiv mit einverbaut, was sich auch wirklich sehen lassen kann. Nämlich ein 24 bis 75 Millimeter mit der Blundenöffnung 1.7 bis 2.8, was perfekt auch mal ist für Nachtaufnahmen mit wenig Licht. Falls ihr euch also weniger Gedanken machen wollt über das Objektiv, ist diese Kamera natürlich auch zu empfehlen. Diese angesprochenen Probleme von Rad eben, die wir gerade bei einem Smartphone gesehen haben, gibt es bei einer Kamera nicht. Denn hier kann man die ganzen Einstellungen manuell treffen. Und zweitens, hier ist die Qualität der Bilder auch direkt viel besser. Es heißt zwar, dass die neuen Smartphones alle mindestens über 48 Megapixel haben und sowas alles. Aber so richtig stimmt, tut das dann auch wieder nicht, denn Vergleiche haben auch schon gezeigt, dass diese 45 oder 48 Megapixel Kameras in Smartphones noch weitem nicht so viele Details bieten, wie richtige Kameras mit dieser Auflösung. Ja, jetzt muss man sich entscheiden. Entweder das Smartphone, das du immer dabei hast, was einmalig einen Preis hat von über 1200, wenn nicht sogar 1400 Euro, wenn du das große Smartphone haben willst, für das zum Beispiel iPhone 16 Pro Max. Oder halt nur mal eine richtige Kamera, die du für auch ungefähr 1000 Euro bekommst und damit dann noch umso geilere Bilder schießen kannst. Also du würdest dir dann in diesem Fall nicht das Pro Handy von zum Beispiel Apple kaufen, sondern einfach nur dann das normale Smartphone, wie zum Beispiel das normale iPhone 16 oder 15. Und dann halt den restlichen Betrag, den du dann nicht für das Handy ausgegeben hast, dann in eine gute Kamera investieren. Diese Entscheidung überlasse ich euch jetzt mal. Ich habe euch genug Beispiele in diesem Video gegeben, um euch das jetzt entscheiden zu lassen. Ich habe mich für die Kamera entschieden, nur dass ich halt ein bisschen mehr Geld noch dafür ausgegeben habe. Gut, das war es jetzt aber mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und Abadam. Ich verabschne mich. Ciao.